Mittlerweile gibt es schon viele, die bei Heidi Klumms Show den Titel Germany's Next Topmodel gewonnen haben. Eine davon ist Jana Bella. In der sechsten Staffel im Jahr 2011 schaffte es die damals 20-Jährige auf den ersten Platz. Was Jana nach all den Jahren macht, verraten wir euch jetzt! Das Modeln hat die GNTM-Siegerin auch über zehn Jahre nach ihrem Triumph nicht aufgegeben. Dennoch hat sie sich nicht ausschließlich auf ihre Model-Karriere konzentriert. Jana Bella ist nämlich auch Unternehmerin. Gemeinsam mit ihrem Partner eröffnete sie 2014 als Franchise-Nehmerin ihren ersten Backshop am Hauptbahnhof München. Heute betreibt sie schon mehrere Backpack-Filialen, unter anderem in München und Bochum. Anfangs stand sie sogar selbst in der Bäckerei. Ihr zweites Standbein bringt Sicherheit. Das kann Jana brauchen, denn seit 2019 ist sie auch Mama. Davon hat lange niemand etwas mitbekommen. Erst mit Posts wie diesem wurde das Geheimnis 2020 gelüftet. Wie schnell ihr Sohn wächst, kann sie kaum glauben. Auf Instagram schreibt sie im März 2020, Die Zeit vergeht so schnell. Es scheint, als wärst du gestern geboren. Und schon heute fängst du an zu laufen, zu sprechen, selbstständig zu sein. Über Instagram hält Jana ihre 10.600 Follower Stand März 2022 auf dem Laufenden. Doch man merkt, ihre Prioritäten liegen woanders. Regelmäßige Posts gibt es nicht. Das Mama-Dasein scheint eben an erster Stelle zu stehen. Während sie sich heute eher natürlich präsentiert, gab es früher öfter mal sexy Schnappschüsse von ihr. Hin und wieder zeigt sich das Model nämlich von seiner verführerischen Seite. Da wird sie von Fans schon mal als die bisher hübscheste Teilnehmerin aller GNTM-Staffeln bezeichnet. Trotz aller Aufgaben, die sie mittlerweile hat, möchte sie dem Model noch nicht den Rücken kehren. Sie teilt immer wieder Bilder von Fotoshootings. Dabei hat ihr Weg als Model etwas holprig begonnen. Jana hat zwar die sechste Staffel von Germany's Next Topmodel gewonnen, aber es kam dann alles anders als geplant. Bereits zwei Monate nachdem sie sich im Finale gegen Rebecca Mier und Amelie Klever durchgesetzt hatte, kündigte sie den Vertrag mit One 1. Zeitgleich kam sie aber schon bei einer anderen Agentur unter. Luisa Models engagierte sie damals. Eine internationale Karriere war das Ziel der GNTM-Gewinnerin. Für drei Jahre war das Modeln ihr Hauptberuf. Sie arbeitete für Marken wie Hugo Boss und Esprit. Heute ist sie als Unternehmerin tätig und hat die Modewelt zu ihrem Nebenberuf gemacht. Mit ihrer Entscheidung scheint Jana Bella glücklich zu sein.